Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute ein sehr wichtiges Thema und zwar ein Warnhinweis. Ein Warnhinweis über den ganzen Blödsinn, den es im Internet über Kamerareinigung gibt. Denn wenn ihr auch nur einem dieser Hinweise, dieser Tipps nachgehen würdet, dann zerstört ihr unwiederbringlich euren Kamerasensor. Ihr habt keinen Garantieanspruch und eure Kamera, die taugt höchstens noch was für die Mülltonne. Zum heutigen Video hat mich im Grunde ein Zuschauer gebracht, der mich nämlich über Instagram angeschrieben hat und mir eine tatsächlich berechtigte Frage gestellt hat. Dann hat er mir geschrieben, er hat eine Canon APS-C Kamera, würde diese aber gerne reinigen. Und da auch ich ja in meinem Video gesagt habe, die Reinigung musst du mit einem passenden Set zu deinem entsprechenden Sensor durchführen, ist er jetzt ein bisschen stutzig geworden. Denn Kamera-APS-C Sensoren sind ja etwas kleiner als normale APS-C Sensoren. Denn die Canon APS-C Sensoren, die haben nur eine Höhe von 14,8 mm. Und andere Sensoren, zum Beispiel Sony oder Nikon, die haben eine Höhe von 15,6 mm. Und jetzt hat er im Netz gelesen, ja, dafür gibt es dann für Canon leider kein passendes Set. Denn die entsprechenden Reinigungssets, die sind ja alle nur 16 mm. Damit also zu groß für APS-C Sensoren von Canon. Und darüber hinaus hat er in einigen Foren auch einiges Bedenkliches zur Kamerareinigung gefunden. Tja, das alleine war natürlich für mich Anlass, mal ein bisschen im Internet zu stöbern. Und da wirst du schnell, sehr, sehr schnell fündig. Und zwar in tatsächlich großen Fotografieforen, wo ähnliche Fragen gestellt werden. Und ihr Lieben, was ihr da für Tipps bekommt, was dort einige Leute raten, das lässt mir eigentlich nur die Nackenhaare sich hochstellen. Denn das ist mordsgefährlich. Aus meiner Sicht ist das schon Vorsatz, Vorsatz zur Sachbeschädigung. Ich habe mir deshalb mal einige dieser Tipps aus einigen Foren herausgesucht. Insbesondere ein Eintrag ist mir dort aufgefallen, wo es besonders, besonders schwierige Antworten zu diesem Thema gab. Das heißt, ihr Lieben, ich habe mir das sogar ausgedruckt, damit ich es euch tatsächlich wortgemäß auch vernünftig wiedergeben kann, was dort geschrieben wird. Und im Anschluss, wenn wir das mal durchgegangen sind, zeige ich euch mal, welches Set, welches Reinigungs-Set kannst du für Canon APS-C Sensoren wirklich verwenden. Also, erstmal kommen wir ins Forum, ins Fotografie-Forum. Und zwar hat jemand dort tatsächlich eine ähnliche Frage gestellt. Und zwar Thomas hat geschrieben, Hallo, ich möchte meinen Sensor an der Canon 650D reinigen. Habt ihr einen Tipp, welches Reinigungs-Set ich verwenden sollte? Ja, da könnte man ja jetzt vermuten, ja, da kommt der eine oder andere um die Ecke und sagt, Mensch, ja, ich habe das von, ja, ich zum Beispiel nutze ja, kennt ihr aus meinen Videos, die Reinigungs-Sets von Lens-Aid oder von XY. Die sind gut, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Aber weit gefehlt. Da gibt es nämlich richtig tolle Tipps. Und zwar von anderen, vermutlich Fotografen. Wenn man allerdings die Antworten sich durchliest, dann habe ich die Vorstellung, da sitzt jemand in seinem Kämmerchen, lacht sich kaputt, wenn er das schreibt und hofft, dass jemand das tatsächlich macht und damit seine Kamera zerstört. Denn, ich lese euch mal vor, was es dort für Antworten gibt. Erste, besonders schlimme Antwort, fand ich, hat jemand geschrieben, solche Reinigungssets sind reine Abzocke. Du kannst ganz einfach mit einem Q-Tip und etwas Wasser damit deinen Sensor reinigen. Kann man machen. Man kann auch seine Kamera in Geschirrspieler packen, unter Fliesenwasser halten oder in den nächsten Fluss werfen. So, ihr Lieben, so ein Q-Tip, könnte man ja denken, ja, da ist so weiche Watte vorne drum, das ist schön. Selbst diese weiche Watte, ihr Lieben, die ist nicht weich genug für euren Sensor. So ein Kamerasensor ist das empfindlichste Bauteil an eurer Kamera. Die werden in Reinräumen hergestellt. Und jetzt kommst du hier mit so einem Ohrpuppelstäbchen und machst damit mit Leitungswasser, ja, mit Leitungswasser deinen Sensor sauber. Das ist ein absolutes No-Go, Leute. Macht sowas nicht. Denn, was passiert zum Beispiel bei Wasser, wenn es regnet draußen? Oder, wenn ihr mal ein Glas stehen lasst eine Weile, habt es ausgekippt, ist noch ein bisschen was drin, was passiert? Da gibt es meist unschöne Ränder. Ja, und genau so einen Rand, solche Ablagerungen, hast du natürlich dann im Worst Case auf dem Sensor. Denn du hast einen Rückstand. Normales Wasser kriegst du ja nicht abgetrocknet. Wie wird es denn abgetrocknen? Denn du räubst darüber, wenn du vielleicht einen kleinen Fleck drauf hast, mag der weg sein. Aber du erhältst natürlich Rückstände auf deinem Sensor. Und mit dieser Watte, die da drum ist, die ist ja zum Ohrenreinigen. Also die ist bestimmt nicht geeignet, um euren Sensor pfleglich zu bearbeiten. Und da drunter, macht mal so einen guten Tipp, nass. Wenn wir die nass werden, dann löst sich auch so ein bisschen die Watte, die da drum rum ist, ist ein Stäbchen, aber das ist aus Plastik. Das heißt, mit ein bisschen viel Druck, falsch verkantet, zerkratzt ihr euch den Sensor. Solch ein Blödsinn. Lasst ihn sein. Nicht mit Wasser auf den Sensor gehen und schon gar nicht mit so einem Kuh-Tipp-Stäbchen, was für die Ohren ist in ihm. Also das, naja, dass da auch keiner was zu schreibt in solchen Foren. Aber wird noch besser. Da drunter schreibt einer quasi auf diese Antwort als, ja, Do-it-yourself-Tipp noch oben einen drauf. Ersatzweise geht auch etwas nasse Watte um einen Zahnstocher gewickelt. Also das toppt ja quasi diesen Kuh-Tipp noch oben drauf. Denn nasse Watte, ihr Lieben, ist ja noch viel schlimmer. Im Grunde ja das gleiche Prinzip. Und dann Zahnstocher da unter mit einer schönen scharfen Spitze, ja. Vielleicht Schleifpapier geht auch. Können wir auch probieren. Schleifpapier. Dann könntest du nachhaltig das Ganze schleifen. 200er, kriegst du vielleicht noch einen schönen Effekt. Leute, hört auf, mit irgendwelchen Holzstäbchen oder irgendwas auf euren Sensor zu gehen, ja. Also ich kann mich nur fragen, habt ihr das tatsächlich schon mal gemacht? Das ist doch Blödsinn, oder? Schreibt es mir mal unten in die Videokommentare. Lachen sich da Leute kaputt in solchen Anfänger-Fotoforen, dass die solche Tipps geben? Also tut mir leid, da wächst mir eine Feder. So, geht aber noch besser. Gibt noch mehr. Und da habe ich tatsächlich, da muss ich wirklich nachdenken, also ich lese es euch vor. Ich entferne Verunreinigungen oder auch kleine Haare mit der Klebefläche eines Haftnotizzettels. Kennt ihr diese kleinen Haftnotizblöcke, die ihr so abreißen könnt? Damit entfernt, da geht der auf seinen Sensor. Und das wird noch genialer. Einfach auf die richtige Größe zurechtschneiden und auf den Sensor auflegen. Also mit dem Kleber, mit dem Kleber auf dieser Haftnotiz auf euren Sensor auflegen. Beim Abziehen werden alle Verunreinigungen beseitigt. Also wenn das jemand tatsächlich macht, dem muss man die Kamera wegnehmen, ganz ehrlich. Leute, macht so einen Quatsch nicht, da ist Kleber dran. Ihr wisst doch gar nicht, wie sich dieser Kleber auf dem Sensor verhält, was der für Rückstände hinterlässt, wie aggressiv dieser... Völliger Quasche, hört auf, klebt da nichts drauf. Kein Klebestreifen, kein nichts, irgendwas. Nichts auf euren Sensor kleben. Also ich muss wirklich... Tut mir leid. Sehr, sehr genial. So, und dann kommt eine Nachricht, die so ein bisschen so ähnlich ist, wie das Anliegen meines Zuschauers. Denn darunter schreibt noch einer, für Canon APS-C Sensoren gibt es keine passenden Reinigungssets, da sie Sensoren mit 22,2 x 14,8 mm kleiner sind als übliche APS-C Sensoren. Die üblichen 16 mm Sets kannst du daher vergessen. All diese Kommentarschreiber, ihr Lieben, gehören unter die Rubrik, ihr gehört geschlagen. Und zwar mal richtig eine Schelle. Also wer so ein Mist verzappt und tatsächlich Fotografie-Einsteigern, die sich ja in solchen Fotoforen tatsächlich Tipps erhoffen, Tipps von erfahrenen Fotografen, die das schon länger machen, das ist quasi eine Anleitung, eine 1 zu 1 Anleitung, wie zerstöre ich meine Kamera, meinen Kamerasensor. Könnt ihr alles vergessen. Hört auf, so einen Quatsch zu machen. Die einzige Möglichkeit, wenn ihr euch selber nicht reintraut, an euren Sensor den zu reinigen, es ist nicht schwer. Wenn ihr euch nicht reintraut, schickt es ein, gibt es einen Fachhandel. Aber nicht so eine Ich-kann-s-besser-Do-it-yourself-Tipps aus dem Internet. Jetzt kommen wir aber noch zur Frage, APS-C-Sensor, kann man das reinigen? Ja, im Grunde gibt es zum Beispiel auch bei Lens-Aid drei verschiedene Größen. Micro Four Third, APS-C Vollformat. Vollformat, 24 mm, habe ich hier für meine Vollformat-Kameras. APS-C-Sensoren, 16 mm. Ja, diese Reinigungs-Swipes, die hier drin sind, die haben vorne eine Breite von 16 mm. Natürlich ist dort die Überlegung, ja, wenn jetzt der APS-C-Sensor von der Canon nur 14,8 ist, was ja im Grunde auch nur einen Millimeter, einen knappen Millimeter weniger ist als bei Sony und Nikon, dann ist das Ding natürlich zu groß. Ja, theoretisch. Das ist wieder so dieses Theoretiker und die Leute, die wirklich fotografieren oder schon mal ihren Sensor sauber gemacht haben. Denn der Sensor an sich, der hat ja auch noch eine Rahmung. Den werfen die ja nicht in eure Kamera und dann liegt der da drin, sondern das ist ja auch noch gerahmt. Also, ihr Lieben, APS-C-Sensoren von Canon und ich habe es getestet. Nicht nur an meiner 700D, auch an der R10. Ich habe es jetzt mal getestet, wie ist es bei der R10. Auch bei der EOS M50. Die habe ich auch schon gereinigt mit diesen entsprechenden Pads. Das ist kein Problem. Ihr könnt diese APS-C-Pads dafür nehmen. Noch mal eine kurze Anleitung dazu. Wenn ihr so ein Pad habt, da gibt es immer eine Reinigungsflüssigkeit. Und diese Reinigungsflüssigkeit, die verflüchtigt sich quasi selber. Das heißt, es ist eine spezielle Flüssigkeit, die keine Rückstände auf eurem Sensor hinterlässt. Ja, da hat wieder so ein Baumschüler dann wahrscheinlich gedacht, ach, guck mal, ist flüssig? Ja, kommt flüssig auch aus den Haaren? Kann ich hier auch drauf machen? Oder auf dem Wattepad, ja? Kann man auch nutzen. Nein, könnt ihr nicht. Das ist eine spezielle Flüssigkeit für die Reinigung. So, was müsst ihr machen, wenn ihr reinigen wollt? Bei jeder Kamera. Da, insbesondere auch hier, Spiegelreflexkameras, da ist natürlich erstmal der Spiegel davor, der Spiegel vor eurer Kamera. Das heißt, jede Kamera hat einen entsprechenden Sensorreinigungsmodus. Ich zeige euch das ganz kurz. Canon 700D. Canon 700D anmachen, ins Menü gehen und zwar in den Schraubenschlüssel und dann Sensorreinigung. Ich aktiviere das mal und jetzt kann ich den automatisch reinigen oder ich kann ihn manuell reinigen. Ich gehe auf manuelle Reinigung, dann bestätige ich das Ganze und dann steht hier auch in der Kamera nochmal, Spiegel klappt hoch, Sensor reinigen und dann OK. Pass auf, habt ihr gesehen? Jetzt klappt mein Spiegel weg und mein Sensor liegt frei. Deshalb ganz wichtig, Kamera jetzt nicht ausschalten, auch nicht ausschalten, wenn ihr mit dem Swipe darüber geht und der Akku sollte voll sein, zumindest halb voll. Damit ihr während des Reinigungsvorgangs nicht die Kamera sich abschaltet, ihr gerade mit dem Swipe hier drinne seid, das runterklappt und da irgendwas verkantet. Und dann passt dieser Swipe. Ihr träufelt von der Flüssigkeit ein bis zwei Tropfen in die Mitte dieses Swipes. Das verteilt sich. Dann geht ihr rein und streicht im Grunde leicht angewinkelt von der einen bis zur anderen Seite des Sensors. Das sollte bei den meisten Verunreinigungen reichen. Ansonsten gerne noch ein zweites Mal. Zweiten Q-Tipp, ich bin schon völlig verstrahlt davon von den Tipps. Zweiten Reinigungsstift nehmen, nochmal beträufeln und nochmal von der anderen Seite nochmal in die Gegenrichtung ziehen. Das passt hier einwandfrei rein. Ihr kommt perfekt über den Sensor, weil der ist außen nochmal ein bisschen gefasst. Das könnt ihr super damit reinigen. Danach Kamera ausschalten, dann klappt der Spiegel wieder runter, euer Sensor ist wieder geschützt. Wenn ihr eine spiegellose Kamera habt, gleiches Prozedere, entsprechend schauen, ob ihr ein entsprechendes manuelles Reinigungsprogramm habt. Das ist vor allem wichtig, wenn ihr einen IBIS-gelagerten Stabilisator habt. R6 Mark II zum Beispiel, dort habt ihr im Menü manuelle Reinigung. Das heißt, der Sensor wird stabilisiert. Der ist ja ansonsten so schwebend gelagert und der wird dann stabilisiert, dass ihr da nichts kaputt machen könnt da drin. Ist kein Problem, ist dafür auch vorgesehen. Und dann gleiche Prozedur. Anderer Swipe, je nachdem, Vollformat oder APS-C. Vollformat 24, APS-C 16mm. Gleiche Prozedur. Rübergehen. Einmal reicht in der Regel schon. Beim zweiten Mal vielleicht nochmal, wenn was ein bisschen hartnäckiger ist. Und vor allem, bevor ihr anfangt damit, nicht, dass ich es vergesse, es ging jetzt nur um die Sensorreinigung. Einmal auspusten. Nicht mit einem Klebezettel da raufgehen. Kamera über Kopf halten. Da gibt es diese Blase-Puste-Belks. Die gibt es ja bei mir auch im Shop. Hier, zack, einmal auspusten. Ganz wichtig. Nicht so auspusten, denn wenn irgendwo Schwebstoffe in der Luft sind, pustet ihr euch die in den Sensor. Aber so halten, manuelle Reinigung einschalten, kurz reinpusten, damit Staubhaare, die werden damit entfernt. Und den Rest macht ihr dann entsprechend mit solch einem Reinigungspad. Also ihr Lieben, lasst euch nicht verunsichern. Manchmal ist es natürlich gut, auch mal nachzufragen. Das ist richtig. Aber tatsächlich, wenn ihr solche Antworten, und die haben sich ja wirklich geholfen in diesem Forum, welche solche Antworten bekommt, dann gebt da bitte nichts auf. Am besten meldet euch da gleich wieder ab. Also das ist jedenfalls nichts, wo ihr daraus lernen könnt, was euch weiterbringen wird. Ja, Lieben, schreibt es mir doch mal unten in die Videokommentare. Habt ihr vielleicht auch schon mal solche haarsträubenden Geschichten in Fotografieforen gelesen? Ja, schreibt mir mal. Vielleicht habt ihr eine tolle Story. Schreibt sie mir gerne unten in die Videokommentare. Und schreibt mir auch gerne mal rein, habt ihr selber auch schon mal die Sensorreinigung durchgeführt? APS-C, Micro Four Thirds oder sogar einer Vollformat-Kamera. IBIS gelagert, also mit entsprechendem Spezialisator oder ganz normale Kamera. Schreibt es mir gerne unten in die Videokommentare. Und wenn euch das Video und vor allem mein deutlicher Warnhinweis an solchen Quatsch hier nicht zu glauben und das vor allem auch nicht durchzuführen weitergeholfen hat und vor allem euch auch bewahrt hat, davor solch einen Fehler zu machen, dann lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen mit tollen Tipps, Fotoworks, Produktvorstellungen und was es nicht alles Tolles gibt auf meinem Kanal und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020